Was kaufen zum Essen? Was kaufen zum Essen? Ja, mit dem Namen und so. So, für Rakela. Für Rakela, weißt du. Rakela schläft. Vielleicht ich kaufe für zu Hause Machen, Donnen. Schauen wir mal. Weil ich habe diese gefüllte Paprika. Dann gehst du schon wieder bei hier, oder? Ja, ja. Bei Rakela. Bei Rakela, Gada. Ich hab's schon gesehen. Genau. Gehst du die Paprika zu Hause, aber Christiane, gehst du weg? Was essen? Schauen wir mal. Ja, und dann, dann würde ich mal gerne schauen. Also, ich habe gesehen bei die Vietnames, die fröhliche Schweinefleisch. diese Haut. Aha. Mit viel Messer, so viel Seil wegmachen. So. Damit ist es schmutzig weg von dieser Haut. Ja. Du musst mehr mal machen. Und diese Stinken nicht mehr. Ja. Aber ich habe nicht gewusst. Ja. 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 Okay. Ich habe sie in der 1.00 Uhr gemacht. Ich habe sie hier in der 1.00 Uhr im Programmware. Und ich habe sie in der 1.00 Uhr gemacht. Ich habe sie in der 1.00 Uhr gemacht. Die drei Uhr. Die drei Uhr. Was ich? Das ist eine Ausgabe. Untertitelung. BR 2018 Ich bin immer wieder Kassel. Leer Jan. Päsch ist, umad jung. Ich bin da, Kassel. Da, ich habe ich meine Leute, ich bin ich dabei. Ich habe mir die Frage, dass ich die Böde? Das ist hier. Ich bin jetzt 6 Minuten. Ich bin jetzt hier. Ich habe mich nicht mehr als mit dem Böde. Nein, 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 nein. Das ist so, dass ich mich nicht mehr, wenn ich mich nicht mehr sehen kann. Es gibt noch einen Räden, dass wir hier sind, dass wir hier sind, dass wir hier sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017